Ja, draußen wird es immer kälter und es ist natürlich die dunkle Jahreszeit, aber keine Sorge hier den Kopf in den Sand zu stecken, denn ich habe wieder ein tolles spannendes Türchen heute Abend für euch, denn wie schon in den vergangenen Tagen zeige ich euch jeden Tag einen Star und lasst uns doch mal gemeinsam schauen, wer sich hinter den nächsten Türchen verbirgt. Hallo Partyfreunde, hier spricht euer Prinz Playa. Ich melde mich aus dem Homeoffice, nennen wir es mal so. Ja, 2020, sehr spezielles, sehr emotionales, anstrengendes Jahr, geht langsam zu Ende. Ich denke, wir sind alle froh drum und in guter Hoffnung, dass es nächstes Jahr besser wird. Ja, 2020, es war sehr ruhig und ich hatte trotzdem das Glück, dass ich die ein oder andere Veranstaltung bespielen durfte, egal ob es jetzt ein Autokino war oder eine Sitzparty oder die legendäre Lars-Den-Hahn-Glün-Team-Party. Ein bisschen was ist trotz allem gegangen und ja, bei mir hat sich glücklicherweise bis auf ein, zwei Veranstaltungen alles ins nächste Jahr verschoben. Also nächstes Jahr feiern wir dann wieder richtig zusammen ab. Ja, was gibt es sonst aktuell? Ich habe ja noch meinen Hauptjob in der Gastronomie, arbeite da voll im Moment. Ist halt auch anders als die letzten Jahre ohne Weihnachtsfeiern etc. Aber besser als nur zu Hause zu sitzen. Ansonsten war ich das weiterhin sehr kreativ, habe sehr viele Songs geschrieben für mich und auch für andere Künstler. Wird nächstes Jahr die ein oder andere Nummer vielleicht kommen. Lasst euch überraschen. Ja, und wie gesagt, meine eigene Nummer wird dann irgendwann Anfang nächsten Jahres dann Release haben, ist im Moment in der Produktion. Und ja, Überraschung. Ja, das Weitere noch, dieses Jahr hatten wir den Song mit ganz vielen tollen Kollegen zusammen. Mallorca, das sind wir. Ich finde, einer der stärksten Songs in dieser schwierigen Zeit, die rausgekommen sind. Vielen Dank an alle Kollegen, an Oli, wo das Ganze umgesetzt hat. An alle, die dabei waren. Wir sind eine gute Gruppe und wir sind, glaube ich, sehr gut zusammengewachsen auch dadurch. Der beste Beweis, dass man auch mal zeigen kann, es ist nicht so, wie es immer gesagt wird, dass immer nur jeder gegen jeden, sondern wenn man möchte, auch alle miteinander. Jo, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Habt ein paar schöne Feiertage mit euren Lieben und wir sehen uns dann munter und ausgeglichen im Jahr 2021 wieder. Bis bald. Alles Gute, euer Prinz Pleier. Bis bald. Alles Gute.